Hallo! Willkommen in La Reve, einem Traumziel an Kretas atemberaubender Nordküste in der Nähe von Hesonisos. Begleiten Sie mich auf einem Rundgang durch unser exklusives Apartmenthotel, das in seiner klaren Struktur Luxus, Entspannung in perfekter Harmonie bietet. Unser Eingangsbereich empfängt Sie mit einem jahrhundertealten, faszinierenden Olivenbaum. Auf der Insel gearbeitete Amphoren schmücken unsere Gartenlandschaften. Hier beginnt Ihre Reise in die Welt der Entspannung und der Erholung. Es ist der perfekte Ort, um die Vorfreude auf das, was Sie erwartet, zu spüren. Unsere Technik ist gekonnt hinter einer dekorativen Wand versteckt. Sie bietet für unser Haus zwei große Wasserspeicher, Wärmepumpen für das Warmwasser sowie für den Pool, der beheizt werden kann, und zwei große Container zur Aufbewahrung. Auf unserem 3.500 Quadratmeter großen Gelände erwartet Sie ein gut gestalteter Garten, in dem sich Palmen, Kakteen und heimische Kräuter in voller Pracht entfalten. Auf Ihrem Weg durch La Reve entdecken Sie kunstvoll platzierte Details, die mitunter die traditionelle griechische Handwerkskunst widerspiegeln. Die Holzkonstruktion am Pool ist wie eine Art Pergola gestaltet und damit der ideale Ort, um für gewisse Momente im Schatten zu entspannen. Hier verschmelzen Schönheit und Funktionalität zu einem harmonischen Ganzen. Der wunderschöne Pool auf dem Gelände von La Reve ist nicht nur ein Ort der Erfrischung, sondern auch ein Ort des Wohlbefindens. Unser Pool ist mit Salzwasser angereichert, was nicht nur für ein natürlicheres und sanfteres Baaderlebnis sorgt, sondern auch gesundheitliche Vorteile bietet. Das Salzwasser ist sanft zur Haut und zu den Augen, was das Schwimmen und Baden zu einem wahrhaft angenehmen Erlebnis macht. Direkt neben dem Pool bietet sich für Sie eine Eventhalle der Superlative, die Sie sowohl mit geschlossenem als auch offenem Dach nutzen können. Sie wurde eigens für Seminare zur Persönlichkeitsbildung errichtet. Auf Anfrage können Sie dieses exklusive Angebot unter der Sonne Kretas in Anspruch nehmen. Auf zwei Etagen stehen Ihnen zehn exklusive Apartments zur Verfügung. Jedes einzelne von Ihnen ist individuell und kunstvoll eingerichtet. Musik 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 Hallo Andreas. Hallo Marcel. Musik 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 Das sind Ferienhäuser und näher am Strand, an unserem schönen Strand in der Sonnesos und gleichzeitig dann auch ein paar andere Ferienwohnungen für andere Leute, die eben auch rüber nach Kreta kommen möchten. Und da merkt man ja gerade im Moment, also Kreta ist schon seit Jahren voll im Trend. Nicht nur Senioren, die sich hier ihre Residenz suchen, sondern immer mehr Deutsche oder auch aus anderen Ländern Menschen suchen sich hier auf Kreta ein neues Zuhause. Wie ist da gerade die Marktlage? Hast du überhaupt noch Potenzial? Ja, es gibt Potenzial, das Potenzial ist sehr hoch. Leute von Nordeuropa möchten ganz, ganz gerne auf Kreta, weil das Klima ist hier anders, die Energie ist hier anders, alles ist hier anders. Und da ist genug Platz auch für Rentner, für junge Paare, Leute, die gerne... Also ich ein neues Zuhause suchen auf Kreta. Hast du noch Potenzial? Ja. Kann man dich noch buchen. Danke dir, Andreas. Und ich wünsche dir, dass für dich in Zukunft alles so kommt, wie du es dir vorstellst. War eine schöne Zusammenarbeit, ist eine schöne Zusammenarbeit. Hat mich auch sehr gefreut. Danke dir. Danke auch. Das ist colocan David. Ja. Danke auch. Danke auch. Danke auch. Danke auch. Bis zum nächsten Mal. Erfrischen Sie sich im kristallklaren Wasser der Ägäis. Erkunden Sie die faszinierenden Berge Kretas auf alten Pfaden und lassen Sie sich von den atemberaubenden Aussichten, grünen Tälern und geheimnisvollen Orten einnehmen. Erleben Sie Kreta auf zwei Rädern, von Küstenstraßen bis zu anspruchsvollen Bergstrecken. Lernen Sie die Insel auf eine neue, aktive Art kennen. Durchstreifen Sie die unberührte Natur im Herzen der Insel auf aufregenden Safaris. Genießen Sie die Gerichte aus den abgelegenen Bergdörfern Kretas. Ein Geschmackserlebnis mit jahrhundertealter Geschichte. Kosten Sie sich durch die vielfältige internationale Küche in Chersonissos. Von frischen Meeresfrüchten bis zu exotischen Spezialitäten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Von Strandbars bis Tanzclubs. Kretas Metropolregion rund um Heraklion und Chersonissos lädt dazu ein, in energiegeladene Nächte einzutauchen. Kreta. Eine Insel mit Geschichte. Voller Geheimnisse. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020